Das Familienunternehmen Decolet ist ein führendes Unternehmen im Bereich der festlichen LED-Beleuchtung von Einkaufszentren, Städten, Gemeinden und beleuchteten Parks. Dies bedeutet mehr als 1000 erfolgreiche Installationen in 13 europäischen Ländern. Seit 1997, also mehr als ein Vierteljahrhundert, bauen und perfektionieren wir unser All-in-One-System. Unsere Designer schlagen eine originelle Lösung vor, die auf Ihren Raum und Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. In den Produktions- und Lagerhallen von Decolet mit einer Fläche von 60.000 Quadratmetern werden Dekorationen von unseren Handwerkern hergestellt. Es folgt eine fachgerechte Installation und das europaweit. Im Falle eines Defekts oder Schadens schicken wir unser Serviceteam umgehend, um Ihnen zu helfen. Nach Auftragsende bauen wir die Dekorationen fachgerecht ab und lagern sie ein. Ein All-in-One-System bedeutet Design, Produktion, Installation, Service und Lagerung. Unsere Grundwerte sind Design und Originalität, aber auch moderne ökologische LED-Technologie und Respekt für den öffentlichen Raum und die Umwelt. Festliche Beleuchtung und Lichtdekoration können die Welt um uns herum verändern. Sie schaffen eine einzigartige Atmosphäre von Ort, Zeit und gemeinsamer Emotion. Wir erzählen Geschichten mit unseren Lichtern. Gerne schreiben wir auch Ihre. Decolet – Die Lichter erzählen Die Lichter erzählen